Also hier ist echt nicht mehr, als euch ein paar Reden zu zeigen, Leute. Nicht so spannend wie 2020. Ich denke in allen Ländern aus und die Wertschätzung für unsere Betriebe in der Wirtschaft und in der Gesellschaft aus. Tag für Tag, mit mir unserer Leistung und wir erwarten das auch in der deutschen Regierung. Senden Sie die richtigen Haushaltspolitischen Prioritäten. Betriebe, die nicht existieren, können auch keine Steuern zahlen. Meine Damen und Herren, können Sie uns gemeinsam in die Zurückung zur Reformierung der Betriebe streiten. Für unsere Kinder, damit sie Lust haben, die Nachbeute anzutreten. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen, meine Politik, die Leistung und unsere indische Verantwortung fördern und nicht immer weiterbehindern. Meine lieben Landwirte, liebe Gastronomen, lassen uns weiterhin mutig und tatschärftig kämpfen, dafür, dass wir unsere Ziele bei der Verfolgung und der Reich stets natürlich freundlich und demokratisch. Herzlichen Dank. Eine weitere verbindende Organisation im ländlichen Raum sind unsere Jäger. Und so darf ich dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, Helmut Dauert-Tapke, das Wort geben. Woh!